Läuft die? Kamera? Hashtag Kamera hat einfach nicht aufgenommen. Inscope. Rob's gehen raus an dich. Inscope. Du weißt. Stuttgart Power. Aber durch Pulli sieht man meinen Bizeps nicht. Nein Spaß. Ich möchte ein ganz besonderes Thema heute ansprechen und zwar jeder Scooterfahrer kennt das. Er kennt es einfach wirklich. In Weibling ist es wirklich schlimm. Ich weiß es nicht wie es in Bayern bei Tim Köhler wie es in Nürnberg ist. Ich weiß es nicht. Aber bei uns in Weibling ist es wirklich extrem. Und mir geht es so langsam wirklich auf die... Ich brauche nichts sagen wir da. Sogar jeder BMXer sagt es. Deswegen besteht auch immer dieser Hate aus Skateboardern zwischen Scooterfahrern und Skateboardern. Zwischen Skateboardern und Scooterfahrern. Zwischen BMXer und Zwischen Skateboardern. Bla 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 bla. Jeder helft sich. Warum? Ihr Scooterfahrer. Ihr kleinen Scooterfahrer. Unter 15 Jahren. Die meisten checken es einfach nicht. Dass es auch Regeln im Skatepark gibt. Es gibt wirklich Regeln im Skatepark. Und zwar. Im Weibling ist es so. Jeder der wo Weibling Skatepark kennt. Hinten ist so eine Bank. Mit einer Anlauframp. So eine Bang halt. Dann kommt die Spine. Box. Quarter. Leute. Warum. Ohne Spaß. Warum. Steht ihr. Immer auf der Box. Macht nun ein Hate hier an der Quarter. Und dann aus dem Flyhaut springen. Könnt ihr bitte einfach mal Lines fahren. Wenn ihr nicht wisst. Was Lines sind. Lines sind. Einfach durch den Park flauen. Das heißt. Ihr müsst einfach hinten. Ihr steht an der Anlauframp. Fährt die Anlauframp runter. Springt über die Spine. Fahrt auf die große Box. Quarter. Große Box. Und wieder Spine. Und wieder an der Anlauframp. Es ist so schwer. Wenn ihr immer auf der großen Box steht. Wisst ihr wie stressig das ist. Ihr müsst euch das mal vorstellen. Ihr seid ich. Ja. Ihr kennt mich. Ich fahre immer von der Anlauframp. Ich springe so einen großen Transfer über die Spine. Dass ich wirklich viel Speed habe. Und dann stehen da mindestens 5 bis 10 Scooter Kiddies im Weg auf der großen Box. Leute. Ich fahre damit. Was weiß ich. Glaubt mindestens immer bis 10 bis 20 kmh fahre ich dort. Und ihr denkt auch. Ich kann zu schnell immer bremsen. Irgendwann mal kann ich auch nicht mehr bremsen. Und dann ist mein Roller wahrscheinlich in eurem Gesicht. Oder irgendwie. Ich weiß es nicht. Deswegen bitte. Bitte. Fahrt Lines einfach. Fahrt einfach Lines. Mich regt sowas übelst auf. Nicht nur mich. Auch die ganzen anderen BMXer. Fabian Elwanger. Corwin. Jeden regt es auf. Es ist einfach nur die pure Wahrheit. Bitte. Bitte fahrt Lines. Wenn das bei euch auch so im Skatepark ist der Fall. Teilt dieses Video. Und zeigt es wirklich allen eure Freunden. Wo Scooter fahren tut. BMX Skateboard. Und noch ein Thema. Wenn ich gerade schon dabei bin. Skateboarder. Ich kann es verstehen. Dass ihr wirklich. Die kleinen Scooter-Kiddies hattet. Aber. Warum hattet ihr wirklich auch die Scooterfahrer. Wo ihr auch wirklich fahren könnt. In Oberessling. Hey. Ich weiß. Ich bin da wirklich übel selten. Aber. Es ist ein Skatepark pur. Oh. Skateboard. Warum hattet ihr Scooterfahrer. Was habt ihr. Wir sind auch nur Menschen. Ihr müsst euch mal überlegen. Ihr seid Skateboarder. Ihr macht Skateboard. Also ihr fahrt Skateboard. Weil es euch Spaß macht. Warum hattet ihr Scooterfahrer. Obwohl die Scooterfahrer auch nur Menschen sind. Und ihr auch nur ihr Hobby ausführen. Warum? Ich verstehe es nicht. Also ich habe wirklich nichts gegen Skateboarder. BMX-Fahrer. Inliner. Ich fahre selber ab und zu BMX. Aber ich hätte keine Skater. Ich hätte sie nicht. Weil ich weiß. Sie führen auch nur ihren Hobby aus. Lasst es einfach bitte. Gönnt es doch jedem einfach. Macht das. Macht doch einfach euer Ding. Fahrt für euch selber. Ohne Spaß. Ich will mich hier. Ich will jetzt nicht noch mehr darüber reden. Weil es hat einfach keinen Sinn. Weil ich weiß eh nicht. Ob sich das alles noch ändern wird. Oder werben tut. Ich habe keine Ahnung. Ich gucke einfach mal. Und ja. Schreibt mal eure Meinung. Was ihr dazu sagt. Zwischen Scooterfahrer und Skater. Dieses Hate. Gehate. Da geht mir richtig ziemlich auf den Sack. Ohne Spaß. Ja. Lasst ein Abo da. Like. Commentary. Ich bin aus. Check the sound. Peace. Peace. Peace.